Magisches Schloss! Äh, ich meine, die Klamotten sind ein bisschen eingegangen. Hallo meine lieben Freunde! Äh, Ken, ist alles okay? Äh, wieso trägst du Barbies Kleider? Boah, in diesem Schrank kann ich meine Klamotten gar nicht finden. Der ist total vollgestopft. Ken, schau mal, ich hab mir noch ein Kleid gekauft. Hm, wo soll ich das nur hinhängen? Hm, Ken, wieso trägst du meine Klamotten? Na, weil du viel zu viele Klamotten in unserem Schrank hast. Was? Ich? Ich hab nicht viele Klamotten, du hast viele Klamotten. Wartet, 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 streitet euch nicht. Ich schlage vor, wir räumen euren Schrank aus. Hm, gerne, ich hab nichts dagegen. Also, mhm, 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 und das hier. Hm, das gehört Barbie. Das Ken, das Ken, das gehört dir. Und das, ich scherze, das ist Barbies. Hm, mhm, und was haben wir hier? Aha, alles klar. Hm, mhm, schauen wir mal. Äh, das gehört sicher Barbie. Und das hier, Ken, das gehört dir. Für Ken, für Barbie, für Ken, für Barbie. Oh, die Hosen hab ich ja schon ganz vergessen. Hm, ich glaub doch mal nicht umziehen. Na, das ist doch vielleicht schon viel, viel besser. Oh, Barbie, bist du hübsch. Äh, Ken, willst du dich vielleicht auch mal umziehen? Äh, ja, wird allerhöchste Zeit. Äh, so, das sind sicher meine Klamotten. Ich komm gleich wieder. Okay, Ken. Und wir machen erst mal weiter. Oh, schau mal, was ich für den Hut gefunden habe. Das ist ja mein Lieblingshut. Hahaha. Also, was bleibt uns? Mhm. Und das, und das noch, und hier. Und, oh, das ist wohl Kens Hemd. Hm, 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 alles klar. Da, und das, und das hier. Und hier noch ein bisschen. Hopp. Mhm. Aha. So, und jetzt aussortieren. Barbie, das gehört dir. Das gehört Ken. Das gehört dir. Das, äh, gehört Ken. Und das gehört Ken. Und, ähm, das gehört dir. Das gehört Ken. Und das dir. Das Ken. Das ist deins. Und das ist deins. So. Na, wie steht's? Na, Ken, wir sind fertig. Barbie hat zwar viele Sachen, aber du hast auch nicht viel weniger. Jetzt können wir alles wieder in den Schrank legen. Und hier. Und hier. Und hier. Hopp, 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 hopp. Ups, der Schrank ist schon voll. Für Ken's Sachen scheint kein Platz mehr zu sein. Na, typisch Frauen. Alles klar. Oh, wo ist er denn jetzt hin? Hm, keine Ahnung. Habt ihr das gehört? Tja. So, äh, noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein wenig. Barbie, schau mal. Eine Lieferung. Hm. Ich frag mich, was da drin ist. Dann lass mal nachschauen. So. So. Ah, ich sehe. Schau mal. Das ist ein neuer Schrank. Ja, ich hab gedacht, ein zweiter Schrank kann genau das Richtige sein. So, Barbie. Jetzt hat jeder seinen eigenen Schrank. Tada. Ja, genau. Passend zur Größe der Garderobe. Na, ich hoffe, jetzt zieht jeder nur noch seine Klamotten an. Und du? Wann hast du das letzte Mal den Schrank aufgeräumt? Schreib mir das in den Kommentaren. Ansonsten. Oh, ich glaube, ich muss auch meinen Schrank ausräumen. Und wir sehen uns. Tschüss. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich bin die Irene. Wisst ihr, warum ich so früh aufstehe? Wir haben heute Morgen vor, mit Barbie ein Workout zu machen. Mann, Irene. Du bist immer noch im Bett. Los, steh auf. Ich warte auf dich. Oh, oh. Okay. Los, auf. Wir nehmen eine Decke und eine Wasserflasche. Los, auf. Na, Irene, wo bist du denn? Ich wärme mich bereits auf. Ja, ja, ich komme schon. Ich bin bereit. Womit beginnen wir? Die erste Übung heißt Hampelmann. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut gemacht, Irene. Die nächste Übung heißt Ausfallschritt. Und eins, zwei, drei, vier, die Hände auf der Hüfte und weiter. Fünf, fünf, sechs, sieben, acht. Los, 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 Irene. Und jetzt Sit-Ups 20 Mal am Stück. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, oh. Los, 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 Irene. Nicht aufgeben. Weiter. Achtzehn, neunzehn, zwanzig. Das wird ja immer besser. Und jetzt Liegestütz. Los geht's. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Los, macht mit. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, drei. Gut gemacht. Und jetzt seitliche Planke. Das wird immer besser. Juhu. So. Und jetzt, wo unsere Muskeln schön warm sind, strecken wir sie. Dafür ziehen wir zuerst die Schuhe aus. Jetzt strecken wir uns zu unseren Füßen. So. Schön tief. Und du, machst du auch morgens Workout? Schreib mir das in den Kommentaren. Und vergiss nicht genug zu trinken dabei. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss. Tschüss. Hallo, Barbie. Hallo, Ken. Hallo, Irina. Hallo, Irina. Hallo, Irina. Barbie, Ken, was ist denn passiert? Wieso seid ihr so sauer? Ich glaube, Barbie und Ken haben sich gestritten. Lass uns sie wieder versöhnen. Wir haben schon seit einer Ewigkeit diese Reise geplant. Wir wollen auf eine tropische Insel. Und er lässt mich nicht das Allerwichtigste mitnehmen. Und er lässt sich nicht mehr. Und er lässt sich nicht mehr. Glaubt. Oh. Klappt auch. Oh. Ah. Oh. 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 Überleg dir was! Lass uns einen Lastwagen holen! Zwei Röcke, vier Partykleider, ein Ballkleid und ein Meerjungfrauenkostüm. Barbie, brauchst du denn wirklich so viele Kleider? Da siehst du, du bist auch gegen mich! Na komm schon, bitte weinen nicht! Komm, wir machen es so. Du nimmst nur das Allernötigste und solltest du noch etwas gebrauchen, hole ich dir es. Okay, komm, wir nehmen einen Rock, ein Kleid, den Meerjungfrauenschwanz nehmen wir mit, schön einrollen. Und das Korsett nimmst du hier. Barbie, Ken, schaut mal! Eine echte tropische Insel. Mit echten tropischen Pflanzen. So heiß hier. Ich brauche tatsächlich diese ganzen Kleider nicht. Schaut mal, was ich gefunden habe. Das sind Schwimmreifen. Lass uns sie aufblasen und dann Barbie und Ken ins Wasser geben. Trudja! Hurra! Wie toll! Schau mal, Barbie, ich bin ein Seemann. Fabi und Ken gefällt es im Schwimmreifen. Und du? Bist du auch schon mal mit einem Schwimmreifen schwimmen gegangen? Schreib mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss!